Musik So viel Charme und abwechslungsreiche Landschaften wie die Schwäbische Alb hat kaum eine andere Region in Deutschland zu bieten. Das sind die allerbesten Voraussetzungen, diesen Mittelgebirgszug im Südwesten als Genusstour mit dem Rad zu erobern. Vorzugsweise mit dem E-Bike, jederzeit auch machbar auf Rädern ohne Motor und Akku. Willkommen bei der Transalplus, der West-Ost-Überquerung der Schwäbischen Alb in sieben Etappen. Die 40 bis 60 Kilometer langen Teilabschnitte eignen sich auch bestens für erlebnisreiche Tagestouren. Die erste Etappe führt von Albstadt-Ebingen hinauf in die Traufgangregion des Zollern-Albkreises und wieder hinunter zum Donauradweg nach Friedingen. Highlight der Tour ist das Beratal. Der Weg folgt den natürlichen Schlingen des Flusses, der meandert wie in alten Zeiten, als noch nichts begradigt wurde. Auf der zweiten Etappe von Friedingen nach Siegmaringen jagt ein Radler-Hotspot den anderen. Wir sehen alte Ruinen und Schlösser, die hochaufragend auf Kalkfelsen stehen. Spätestens jetzt verstehen wir, woher der etwas strapazierte Begriff des schwäbischen Grand Canyons kommt. Gleich vier Flüsse, nämlich die Donau, die Lauchert, die Fela und die Säcker, bestimmen den Verlauf der dritten Etappe von Siegmaringen nach Trochelfingen. Prächtige Fachwerkstätte, Naturpur und überraschende Wegpunkte sind garantiert. Ein Halt im Bittelschießertäle ist ein Muss. Genauso wie ein Innehalten im Naturschutzgebiet Felaertal. Hier ist die Ruhe vollkommen. Das große Lautertal mit zahlreichen Burgen, bizarren Felsformationen und einem Wiedersehen mit der Donau machen die vierte Etappe von Trochelfingen nach Ehingenberg zum Erlebnis. Unterwegs streifen wir Alpgold-Teigwaren mit seinem Kräutergarten, genießen das unbekannte Pfaffental und freuen uns über jede Menge Einkehrmöglichkeiten. Lange unten bleiben am Wasser und dann kurz und knackig rauf auf die Hochfläche. So meistert man locker die fünfte Etappe von Ehingen nach Westerstetten und bekommt einiges zu sehen. Wasserbüffel, Steinzeithöhlen, Kletterfelsen, den berühmten Blautopf und das versteckte kleine Lautertal. Das Lohnetal, eines der längsten Trockentäler Deutschlands und Fundort frühester Kunstwerke wie der Löwenmensch, stehen im Fokus der sechsten Etappe nach Heidenheim. Das Eselsburger Tal entlangt der Brenz, macht jeden Naturfreund glücklich. Auf der Schlussetappe von Heidenheim nach Nördlingen gibt es nochmal Natur pur und kaum frequentierte Radwege. Mittendrin dann Neeresheim mit seinem imposanten Kloster und am Ende Nördlingen, das umgeben ist von Deutschlands einziger vollständig erhaltener Stadtmauer. Im Juni 2020 ist Startschuss für die GPS-geführte Transalplust. Wir machen mit diesen Momentaufnahmen heute schon Lust auf die Tour, bei der es nicht um Höhenmeter geht, sondern um eine genussvolle Radreise über die Schwäbische Alb. Freuen Sie sich darauf. Auf bald! Freuen Sie sich darauf an, dass es nicht um Gehirn gibt, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020